1 Italien Kompleter Alune Hilfe für die ganze Welt Neues Jahr 01 01 02 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 wenn sich jemand offenbart und ein Kitzeln im Gesicht fühlt, in den Armen, in den Schultern, in den Beinen, all das fühlst du, weil du Dystonien hast und diese Dystonien sind deine zukünftige Krankheit, also, wenn du dich kitzelig fühlst, gib dir einen Schubs und mach weiter Reise, um diese persönlichen Massagen zu machen, ich lasse sie von jemandem machen, der mich verstanden hat, wie man sie gut macht. Lassen sie uns jetzt vor der Gegenwart des Herrn zu den Füßen Jesu knien, Wir bringen alles zu den Füßen Jesu, offenbaren und verströmen alles zu Christus Jesus, das Profil des guten und ewigen Lebens wollen wir all das zu uns bringen, Wir sind beunruhigt von Angst, Krankheiten, Dystonien und allem, was uns zu Schmerzen, zu Krankheit, zu Depressionen geführt hat. Vater, wir bringen sie zu dir, wir sammeln sie mit unseren Händen sowohl außen als auch innen, wir nehmen sie und werfen sie Jesus vor. Die Füße jetzt treten wir durch den Mund ein, jetzt spalten wir uns geistlich und setzen uns innerlich fort und erpressen all den bestehenden Schmerz, die Schwierigkeiten, Krankheiten, sie mit dem spirituellen Gedanken entkommen lassen, sie zu Jesu Füßen werfen, Ja, zu Jesu Füßen, die Füße Jesu visualieren, Denken sie daran, dass, wenn sie sie auf irgendeine Weise werfen, sie sie zu Jesu Füßen werfen, Jesus, das Böse nicht tut, es wartet auf dich, der du es ihm zu Füßen wirfst, um es unserem himmlischen Vater zu bringen. Jetzt beten und preisen wir Gott, Gott, himmlischer Vater, Gott der Liebe, segne diese Menschheit, segne jeden, der versucht, sich von jedem Bösen Ischias Tumor zu befreien, Schmerzen in den Schultern, in den Armen, im ganzen Körper, Jesus, Herr, nochmals, segne mich, mein Haus, meine Familie, segne all jene, die in diesem Moment für deine Herrlichkeit arbeiten. Danke, Vater, im Namen Jesu Christi, dass du ihn segnest in ewigem Armen, der Herr sei mit uns allen Dank, sei Gott, der uns heute noch segnet, ich wollte die Massage mit dem Stock in dem Maße darstellen, wie wir beide das Medium wollen und das eine von Hand klein, da hatte ich mal woanders drauf hingewiesen, es tut weh, mit aller Kraft zu drücken. Kontrollieren Sie auf jeden Fall. Überprüfen Sie nach der Prüfung. Sagen Sie, wenn Sie starke Schmerzen verspüren, drücken Sie weniger, bis sich der Schmerz nach vier Sekunden normaliert. der Schmerz sollte an der Stelle nachlassen, an der Sie den Körper irgendwo im Herzen, in der Lunge oder im Magen an der Stelle drücken, die Sie fühlen. Die Magenverdauung und dann spüren Sie den Schmerz, der mit aller Kraft mit diesem Stock gedrückt wird und nach vier Sekunden, was passiert, passiert es, dass die aufgenommene Nahrung die Blase passiert, wo immer sie ist und stattdessen in den Verdauungsschritt geht, wo sie ist. Schmerzen in den Venen, die Sauerstoff zu den Muskeln oder Knochen transportieren. Es kommt vor, dass wir mit der Akupressur, die wir machen, die Vene für vier Sekunden bis zu dem Punkt blockieren, an dem das Herz das Blut stärker pumpt, um Sauerstoff über den blockierten Punkt hinaus zu bekommen, so dass es passiert wie die Pumpen, die den Stahlbeton nach oben sprühen. Sie wissen, wenn Sie die Bewährung von Stahlbeton mit der Pumpe herstellen, dass der Pumpenbediener einen bestimmten Druck wie diesen gibt und im Herzen immer stärker pumpt, bis er am bestimmten Ziel ankommt, wo der Mann übt den Druck aus, den das Herz übt, um diese Vene freizumachen. Hier ist dieser kleine Stick, der aufbewahrt werden kann, wenn er einsteckbar sein möchte. Ich zeige es Ihnen, sehen Sie sehr spitz und ich kann stärker darauf drücken, um besser zu sehen. Ich reite hier unterhalb des Knies und ich bin über dem Stock mit ausgeglichenem Gewicht. Wenn es Schmerzen gibt, verschwindet der Schmerz unterhalb des Knies und dieser Stock wirkt als digitaler Druck, wie der Titel bezeugt, Ellbogen oder irgendetwas anderes, können Sie sogar mit Ihrem Gesicht auf dem Stock die Füße der Frau ihres Mannes über den schmerzenden Teil in den Schultern, in den Armen, in den Oberschenkeln, in den Füßen, Waden heben. Allerdings können Sie die Person ja in den ersten Momenten des Aufpralls nicht riskieren, zu viel zu langsam zu gehen und der Person zu sagen, ob sie Schmerzen verspürt, wenn sie und wenn sie hart auf das Gewicht drücken, überlasten sie nicht das ganze Gewicht ihres Mannes. Achten Sie darauf, dass alles mit äußerster Genauigkeit ausgeführt wird, schweres Üben von Person zu Person hängt von seinem Körper und seiner Ausdauer ab, in dem Sinne, dass er nie Gymnastik gemacht hat. Er ist nie viel gelaufen. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, im Sommer im Meer zu schwimmen. Er hat keine Schritte beim Gehen gemacht, an seinem Körper Sport zu treiben und da er keine Bewegungen macht, führt zum Tod der Körper, verfällt der Körper, verfällt bis zur Zerstörung seiner Selbst und damit man altert. Aus diesem Grund altert eine Frau vor ihren Tagen, weil sie ihren Körper beim Tod sich selbst überlassen hat. Heute hat sich herausgestellt, seien wir ehrlich, es wurde lange Zeit entdeckt, dass diese Aktion entdeckt wurde, dass der Körper, der trainiert wurde, stark bleibt mit Widerstand gegen die Jugend und gegen alles, heute wie heute Sportleben ist, heute wie heute all das von Gymnastik und Leben, heute wie heute Digitaldruck und Leben. Daher Akupressur tippen an Punkten nahe der Stirn und Ohren manchmal digital. Von hier aus werden sie der linken Seite vorgebeugt, um Kopfschmerzen zu heilen und somit das Tippen zu drehen. Dann sehen sie, dass mehr an der Wurzel der Nase Dinge passieren, die sie vielleicht beim zweiten Mal verstehen werden. Jetzt können sie nicht verstehen, warum neue Kanäle freigesetzt werden, die sie vorher nicht mit dem Verstand und mit den Augen kannten. Deshalb sage ich ihnen, dass unser Körper eine göttliche Quelle ist, weil er göttlich ist, weil Gott uns nach seinem Bild, wie er geschaffen hat und wir es sind, die ihn vernachlässigen. zweiter und dritte wenn man von der ersten Passage aus anfängt, ist dies die erste Passage, die ich hier einfüge, damit man sieht, diese Balken muss hier in der ersten Passage gehen, damit die Kurve kleiner wird und der Rücken nichts riskiert. Dann, wenn der Rücken bereits beginnt, sich selbst zu reparieren und keine großen Schmerzen verspürt, gehen wir zum zweiten Schritt über, wenn wir nach Tagen, an denen der Rücken in Ordnung ist, zum nächsten gleichen Schritt über gehen, der der letzte Schritt damit wäre, ich habe meinen Rücken aufgerichtet und geheilt, stelle mir vor, ich hätte die Halswirbelsäule geheilt oder den Schmerz geheilt, den ich in einer Rippe hatte, die mich beide schmerzte und auch hinter dem Arm geheilt, dass die Kraft der Muskeln nachließ und mit dieser Rückenlehne und mit dem digitalen Druck und mit dieser Passage, die ich andere Male gezeigt habe und die Rückenlehne, die ich mit Stöcken gebaut habe und das Netz sind Stöcke, die auf zwei Zentimeter zugeschnitten sind, wollte ein Zentimeter schneiden und während sie sie so viel schneiden können wie sie wollen kleben sie sie mit Silikon legen sie das Netz auf die Zeitungen um keinen direkten Kontakt mit dem Boden zu haben aber ich habe es ihnen andere Male gezeigt und jetzt präsentieren wir uns bei der Arbeit es besteht ein großes Risiko dass die Rückenlehne und klein diese Rückenlehnen sind bei mir erfolgreich weil ich nicht nur dies hauptsächlich der Liebe und Gnade Gottes verdanke Zuerst bete ich dass der Herr mich erleuchtet mir hilft und mich unterstützt weil ich diese Geräte verwende für Gesundheit wenn sie nicht die erste Bitte sind Möchten wir zuerst beten bevor wir diese Arbeit der Präsentation dieser beiden Rückenlehnen beginnen und sogar die Matratze stecken die die kleinen stimulierenden Kugeln sind die in allen Teilen des Körpers stimulieren jeden Tag bekomme ich eine 15 Minuten Massage mit der vibrierenden elektrischen Matratze die auch Vibrationen sendet In der Matratze sind Kugeln nebeneinander die Vibrationen senden als ob sie 15 Minuten lang auf dieser Matratze liegen würden als ob sie oben wären Motorrad oder auf einem vibrierenden Streitwagen oder im Flugzeug dass sie in Aufregung sehen dass dies die Eindrücke sind die ich ihnen mit dem ganzen Körper all ihren Muskeln gebe als ob all die Hormone die Muskeln nicht quälen wenn wie in einem Zustand der Angst und manchmal sogar sendet dass es die Schwingung des Herrn ist die diesen psychologischen Schuss auslöst dass sobald der Herr sagt kehre zurück zum Leben wirst du positiv bestehen weil bereits der Befehl wird von unserem Körper vom Verstand zu unserem Unterbewusstsein positiv erkannt und da tatsächlich mein Nacken meine Hals Wirbelsäule mein Rücken erleichtert und vollständig geheilt sind sind meine Arme vollständig geheilt sind sind sie alle in der Wehen eine Möglichkeit der Ruhe besonders weil ich gebetet habe und wie willst du jetzt auch beten lass uns anfangen mir im gebet nach zu folgen darauf weise ich im gebet hin denn es gibt keinen so großen gott der wunder tut für die jenigen die ihn fragen wenn du ihm heute nicht glaubst wirst du es morgen sicher glauben wenn du mich unter den alten videos siehst die ich hatte bevor du mich ohne Haare siehst wie die vor dir sehen sie mich diese schwarzen Haare als junger Mann und mit vielen kleinen Veränderungen die Evolution des Geistes und mit der Evolution die Veränderung meiner Persönlichkeit die Entwicklung der Veränderung meiner Familien Kinder die noch niemand zu Jesus bekehrt hat aber der Herr hat mir versprochen dass sie aus Respekt vor meinen Gebeten ebenfalls erleichtert aber nicht gerettet werden wenn sie jemals ihr Herz Jesus übergeben sie sehen meine Zeugnisse sie werden bald mit ihren eigenen Augen meine Veränderungen von dem was Gott für mich tut umwandeln wir beten heiliger vater im namen von christus jesus wir kommen hierher zu den füßen deines sohnes jesus um all unsere sorgen zu tragen wir entleeren unsere krankheiten zu den füßen jesu auch die inneren wir treten durch den mund ein wir treten in unseren körper ein bis zu dem ort an dem wir unsere krankheit haben ich habe dystonie wir nehmen die krankheit in die hand wir greifen sie mit der hand wir ziehen sie heraus und werfen sie jesus zu füßen irgendein ist jas tumor schlechte rücken irgendetwas etwas das uns verfolgt und uns wehtut wir nehmen es heraus und werfen es euch allen zu füßen in diese anregung die ihr in die hand nehmt während sie mit ihren händen ja in ihrer hand beten und es zu den füßen von jesus heiliger vater werfen gibt all denen kraft die beginnen für eine heilung für ihre gesundheit zu beten beginne zu verstehen wie man betet wie ich dich in diesem moment von ganzem herzen preisen kann vater im namen deines sohnes wir bitten dich die ganze menschheit zu segnen vater segne alle kinder die alten segne alle kranken deines volkes segne noch einmal die jenigen die liegen im koma vater dass jeder aufwachen und in die realität zurückkehren kann allen helfen und unterstützen und uns voranbringen dann danke vater für diesen herrn vater hilf meinen freunden all denen die noch in engem kontakt mit mir stehen danke vater ich danke dir im namen des ewig gesegneten christus jesus amen wie du gesehen hast wir haben dieses gebet gebet dass der herr alles von ganzem herzen annimmt und erfüllt denn während wir beten sind wir vor ihm vor jesus stehen vor seiner gegenwart der tempio santo deshalb muss man so um gnade beten sagt mir manchmal jemand an cello pickeln aber ich habe viel gebetet aber nie hilfe bekommen deshalb verstehst du jetzt dass du hilfe bekommen wirst wenn du auf diese weise bett hast weil du bett hast du visualierst das böse in der nähe und in der ferne und in der nähe mit großen schmerzen den schmerzen deinem eigentlichen problem du visualierst dein böses du nimmst es mit deiner hand stell dir die füße von jesus vor du wirfst dein böses sowohl nach innen als auch nach innen äußerlich von dir schon kannst du das böse allein oder allein verstehen der her verändert mit seinem wirken deine organe alles was du brauchst um deinen körper zu verändern mit dem gebet das du gemacht hast er erleuchtet deinen weg mit dem von gott gesegneten gebet und jesus kommt nun lass uns zurück gehen unsere übung zurück zum bild als wir beginnen benutze ich sie auf der höchsten dritten ebene weil ich mich bereits daran gewöhnt habe mein rücken ist bereits gerade geheilt lass uns keine zeit verschwenden dies dies ist ein schwamm der mit der rückseite der wirbelsäule geliefert wird die mit diesen drei millimeter pc fast für diese pc akupressur machen unsere muskeln unsere schultern so wie wir sie anziehen wie den größten kleinsten stock die sind alle nebeneinander machen das gleiche wie sie sehen lege ich mich hin also lege ich mich auf diese rückenlehne und wie sie sehen lege ich mich oben hin genau dafür ist das schulter heilungs system die arme alles was wir brauchen stelle ich ihnen noch vor wenn sie sich in diese rückenlehne lehnen müssen sie mit aller kraft zusammendrücken wenn sie starke schmerzen haben drücken sie weniger bis der schmerz nach vier sekunden nach lässt sie sehen wie der schmerz nach lässt sie drücken mehr in teile des körper in die glute der schultern im ganzen halswirbel wo immer sie farben haben drücken sie fester und fester wenn sie nicht arbeiten brechen sie die steine heraus und verstehen sie was es bedeutet mit druck in der vibrations sakupressur zu arbeiten jetzt senke ich die rückenlehne wieder ab und lege sie auf diese rechte seite und während ich auf meinem arm liege sie ist zu ich hebe meine hand vorbei ich hebe sie so 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 hoch für jesus und heute drehe ich sie so dass ich mich umdrehe diese situation wenn es jemanden gibt der sich der chiropraktik verbunden fühlt ja weil diese methoden ja jetzt beginnen nur wenn ich sage was sie haben ja pass und weil sie verkrustet sind sind muskeln blockiert diese ruhe muss ich ankommen weil es spielen sollte ja es wird halten also verstehen sie dass die arme den boden erreichen müssen dazu gibt es sie brauchen eine andere person die ihnen bei jeder reihe von gewichten in den händen hilft die mit dem gewicht nach unten gehen oder die person die die arme langsam absenkt ohne sich mit ihrer anweisung anzustrengen oder sagen sie ein wenig abzusenken und in dieser situation still zu bleiben der muskel dehnt sich nach vier sekunden das herz pumpt das blut auf den muskel und dieser muskel dehnt sich bis er seinen ursprung erreicht als sie jung waren sie verstehen dass alle muskeln in letzter arbeit sind da sie sogar einmal geheilt und zum leben erweckt werden eine zeit bis zur schöpfung die der herr ihnen gegeben hat um im schuss ihrer mutter geboren zu werden indem er es ihnen sagte das liegt daran dass sie in der zeit zurück gehen als du bei bester gesundheit geboren wurdest möchte ich dich jetzt nicht sofort in den mutterleib nehmen aber langsam werde ich dich mit der regression der zeit begleiten wird es langsam tun wir werden es tun in einem film nach film training den nutzen eines glaubens vertrauens zwischen gott und jesus verstehen sie wenn die person vertrauen fasst den anstoß nimmt mut nimmt alles für selbst verständlich und sagt amen halleluja und der allmächtige vater weil er assimiliert es dir als teil dieses und des mottos dieses nachmittags dieses ersten tages des jahres ich habe diesen ersten tag des jahres verworfen um diesem hinweis leben ein zu hauchen diesem vorteil steht die ganze welt offen dieses jahr jedoch verspreche ich dir dabei zu sein liebe der gnade gottes und jesu dass ich dich mit spiritualität in die regression in den schuss deiner mutter bringen werde und ich werde dich auch das schlagen des herzens deiner mutter spüren lassen glaube das beginnt jetzt lass uns diese andere rückenlehne auf der anderen seite und ich benutzen ich werde ihnen zeigen warum sie die ganze reihe von hinten haben müssen die arme sogar die nieren sogar das ganze becken das auf diese rückenlehne sitzt denn wenn man auf dieser rückenlehne sitzt wird das becken stärker und wenn man in der harten starren reihe sitzt eins braucht die matratze nicht weil der hintern steinhart wird auch weil er die kugeln unter den füßen für die massage unter der fußkehle verwendet hat denn wenn ich gehe kann ich auf den steinen laufen ohne schmerzen zu empfinden deshalb ist der körper sie müssen es hämmern denn je mehr der körper gesund und perfekt wird hier senke ich jetzt die linke seite nur auf der anderen seite wieder ab knapp über der schulter oben und ich tippe diesen arm heben umso mehr allein je mehr ich die stimulation in meinen muskeln spüre kann man nicht sagen aber genug mit dem ziel wo ich hinsetze mich selbst hat es nur die eine oder andere hand danach aber bald komme ich mit der pflicht des rückens näher je mehr die schmerzen bald weg gehen jetzt im hals sind es drei wie es hier ist aber ich habe immer noch dieses system zu tun dass ich mit einer historischen verbindung aufstehe die ich mir oben vorstelle mit der guten cervical massage ich massiere nur die wunder dies die massage allein dies und die massage allein die man sicherlich macht wenn man die gesellschaft seiner frau hat ich habe ein kind von dir oder eine schwester von dir einen bruder deinen nachbarn während lover sie zum film macht projiziert es die kamera angemessene sogar dort wo sie es bitten sie anzuregen die gesegnete hilfe gottes sicher fortzusetzen wenn ich nicht mehr den hinweis gegeben habe ihre heilung jetzt selbst zu planen erst jetzt wo wir das geklärt haben nehmen wir die rückenlehne die ich selbst gebaut habe ist einfach zu bauen oben machen sie es sogar breit wenn das bett wenn das bett diese hölzer und das netz verwendet diese werden mit der kettensäge um zwei zentimeter geschnitten unter dieses netz etwas altes zeitungspapier legen sonst klebt das silikon am boden wenn die matratze fertig ist wenn sie eine übung auf dem bett machen funktioniert dies nicht so gut sollte denn ja in die matratze sinkt das holz nicht gut wenn man auf dem boden übung macht wie ich es jetzt bin sie sehen es bewegt sich dahinter es gibt die vollständige massage der schultern alle fühlen ich kann das sagen entdecken sie die praktiken weil alles in der mitte des rückens im rückenmark verbunden ist und herz und gehirn und klein hirn hypitola muss alle ein system darstellen böse sehen wie sie wieder krank werden ihre muskeln nicht nur bis zur perfektion gedehnt und diese nächsten muskeln warum es aufhört und in dieser situation blockiert weil es aufhört eine muskeldehnung zu stoppen wird ihnen auf die andere weise in allen dingen zugute kommen ob es daran liegt dass es daran liegt eine muskelentzündung eine muskelentzündung kommt was mehr passiert ist ich ging zu einem arzt um meine arme und schultern zu untersuchen und er sagte mir sie müssten so schnell wie möglich einen arm operieren dann den anderen sonst wenn sie ihre arme nicht einmal zum essen benutzen kann braucht sie diejenigen die sie zum essen füttern sie braucht das weil es eine totale blockade aller nerven signale gibt und auch die die sauerstoff zu allen muskeln und zellen bringen sterben sie wenn sie nicht durch das blut mit sauerstoff versorgt werden sind die muskeln blockiert das sage ich immer das liegt daran dass er ein vorbild ist wie es jesus zu seiner zeit tat ich mache es in diesen modernen beispielen dass sie sie verstehen während ich bei der firma klopfer arbeite lasse ich das auto für eine woche stehen und das auto nach einer woche lasse ich den klopfer um mit dem auto spazieren zu gehen sobald ich das auto starte stelle ich das auto nach vorne und die räder stehen blockiert wie die räder in einer woche sie stecken fest selbst in zwei tagen stecken sie fest dann sagen sie mir auch ihr auto ist defekt es ist defekt da sie mit den muskeln defekt sind wenn sie ihren arm nicht heben können wird er reduziert keine schmerzen in der schulter situation nackenschmerzen ja hals wirbelsäule jetzt im gehirn das sie ständig kopf schmerzen haben wenn sie einen tumor haben ist jahs wenn sie schmerzen in den füßen haben dass du kannst nicht gehen während du mit geschwollenen füßen gehst kannst du auch nicht gehen du bist am arsch du bist auch krank du hast schuld dass du deinen körper nicht hämmert und ihn nicht wert schätzt folgen sie dem wort gottes folgten sie jesus und folgen sie allem was der her ihnen zu ihrem zu hause ihrer familie geben möchte jetzt zeige ich ihnen die massage erneut der erste schritt ich ziehe auf die linke seite hier ist dieses bequeme kleine wenn sie das auf dem bett gemacht haben können sie es sogar nur aus silikon selbst machen sie werden die hölzer machen sie machen sie kleine enger sie machen sie enger und machen alles mit silikon lesbar wenn sie die hölzer nicht schneiden möchten können sie dies auch mit silikon tun denken sie daran keine spitzen mit dem silikon zu hinterlassen lassen sie immer einen flachen kopf um sich nicht zu verletzen start ich kann dieses bild anhängen und ich lege mich zwischen den wald und die schulter auf dieser seite und ich muss einen weiteren punkt senken um klar zu sehen jetzt um zu sehen das alles ist fangen wir als baumeister an hier nun dies nach verschoben sie sehen auf der seite angeordnet auf allem immer nur diese hölzer in der matte hier mache ich bewegungen mit den armen weil ich mit diesen armen über diese druck hölzer drehe an den armen an der schulter schulter arme denken sie auch daran das vollständige silikon vorangeht alles was sie tun können gebe ich ihnen mit tatsachen oder sogar beglaubigten verbeugungen damit sie nicht so viel sehen wie sie möchten da das gericht möglich ist wenn silikon nach drei formationen ein blatt papier unter dem silikon auf dem boden liegt sie können weniger schmutzig machen da da dies erhaben mache und ich habe sie darauf hingewiesen was ich während meiner übungen weiterhin mache sicherlich braucht es geduld um all dies zu tun und dem herrn zeit zu danken alles nach seinem willen zu tun jetzt wollen wir dem herrn für das danken was wir heute nach mittag am ersten tag des jahres getan haben und silvester 1 1 2 0 2 2 heute nach mittag widme ich es all denen die in der lage sein müssen vollständig von all ihren krankheiten geheilt zu werden denken sie daran dass sie mit diesem system keine schmerzen mehr in ihrem körper haben weil die schmerzen von den schultern aus gehen die nieren sind die ersten die krank werden wenn wir die schultern geheilt haben die arme die nieren wir haben die beine geheilt wir haben halte die füße wir haben den kopf alles was wir geheilt haben weil alle befehle die kraft aus den bewegungen kommt alles was die schultern verstehen die bewegungen machen die wir heute brauchen jetzt möchte ich eine erklärung hinterlassen dass alles was ich in diesen videos schicke nicht wie gold sein muss pillen schmerzmittel und sie nehmen sie mit nach hause denn während sie am anfang dieser wehen stehen bringt es etwas während ein muskel sich dehnt schmerzen und dann muss man früh eine schmerztablette nehmen denn was bringt diese pille wenn eine farbe kommen sollte diese pille beugt dem schmerz vor der sie dämpft und denken sie dann daran dass sie in den ersten tagen an denen sie diese übung machen eine schmerztablette einnehmen weil es wichtig ist dass ihre muskeln nicht an längeres dehnen gewöhnt sind und sie sich während dieser übung einmal unwohl fühlen können denken sie daran dass sie sich beim ersten mal möglicherweise schlecht fühlen machen sie nicht weiter da sie die übung für immer aufgeben werden verstehst du was ich dir sage dann geh zu deinem arzt sag uns alles was du machen willst sag ihm oder brauchst die schmerztabletten packung pillen schreiben du wirst sie zu hause aufbewahren fünf minuten bevor du diese übung vor dir machst nehmen sie eine pille davon um zu verhindern dass bei diesen muskeldehnungen zu erwartende schmerzen auftreten du wirst stattdessen schmerzen spüren jetzt kann ich auf dem spitzen brixe laufen weil ich es mit meinen füßen kann weil ich diese gymnastik mache ich lege mir die bälle mit pizzi unter die füße kann nur sagen dass diese pizzi von den bällen die ich dir mit meinen gezeigt habe videos gehen zu den anderen videos ich benutze diese bälle mit schnürsenkel die gibt es in den sanitäranlagen zu kaufen zuerst benutze ich die weichen welle mit weichen gummi schnürsenkel dass sich der fuß daran gewöhnt dann benutze ich die mit starren schnürsenkel wie man sie anzieht wenn man eine ist wenn sie nicht daran gewöhnt sind haben sie stattdessen schmerzen wenn sie anfangen und sich daran gewöhnen mit diesen weichen dann kommt mit diesem steifen es wird ihnen nicht viel schmerz bereiten also wenn sie sich daran gewöhnen können sie mit bloßen füßen ohne schuhe auf den steinen laufen kann ruhig laufen ich habe einige videos die sie gemacht haben als der herr meinen fuß geheilt hat ich hatte ein problem mit meinem fuß dass ich meinen fuß nicht auf den boden stellen konnte weil ich ihn geschwollen hatte ich hatte ihn entzündet und ich konnte mich nachts und tags über nicht mehr ausruhen weil mein fuß krank geworden war und sich entzündete und sowas passierte und von da an begann ich den herrn anzurufen wie er befiehlt ich kann es nicht mehr ertragen her lehre mich wie ich alles nach deinem willen tun kann und dass ich von diesem problem heilen kann und dann während ich meine augen geschlossen hatte ist der herr im liegen hat es mich aus dem schlaf geweckt es hat mich dazu gebracht auf zu stehen und meinen fuß auf das fußgelenk eines stuhls zu drücken dort sind die fußgelenke von stüllen so wie du sie hinter mir siehst ist dieses weiche aber es gibt eine außer ich zeige ihnen diesen hölzernen dass sie ihn neben diesem weichen beide knöchel sehen und dann während ich mit einem anderen laubstuhl saß mit den knöcheln die jene stangen sind die den fuß der stühle halten ich stützte mich mit der mitte meines fußes auf diesen knöchel ich stützte mich darauf und der herr veranlasste mich noch fester zu drücken aber herr sagte ich zu ihm aber es tut mir mehr weh als ich drückte drückte und während ich drückte merkte ich dass es danach war vier sekunden nahm der schmerz ab je mehr ich drückte ich drückte bis nach vier sekunden der schmerz nachließ und verschwand mein geist leuchtete eine glühbirne in meinem kopf auf als ich vollständig mit dem dritten begann blutsauerstoff reißt seinen schnellsten weg freier sauerstoff körper der körper verjungt das körper gewebe das gesicht die hände die arme der ganze körper wird jeden tag jung statt das gewebe sollte altern sich verjungen weil die zellen diejenigen nicht ermüden die das blut in den organen tragen sie werden sie nicht müde weil die venen frei sind sie müssen keine berge in den venen erklimmen um zu passieren manchmal wird die venen durch tote zellen blockiert die sterben und diese toten zellen die sterben nutzen den durchgang den werden die venen verstopft wenn man keinen sport macht außer durch akupressur und diese dinge nicht zu tun aber die zellen verstopfen langsam den durchgang in den armen zu kalkstein für die adern naja es scheint mir für dieses video genug zu sein jetzt möchte ich mit einem kleinen gebet schließen mehr infos mache ich immer wenn jemand ein kribbeln im gesicht in den armen verspüle in den schultern in den beinen von allem das liegt daran dass du dystonien hast dystonien die deine krankheit sind also läd dich das kitzeln dazu ein geben geben sie sich einen schubs und setzen sie diese reise fort um diese persönlichen massagen oder schleier zu erhalten haben haben sie jemanden der es gut verstanden hat lassen sie uns jetzt vor der gegenwart des herrn zu den füßen jesu knien lassen sie uns alles zu den füßen jesu bringen und den namen enthüllen von christus jesus dem sohn des benedikt für die ewigkeit wollen wir alles tragen was uns stört in uns böse unruhe alles was nicht mehr wirkt vater meine familie segne jeden der gerade jetzt für deinen ruhm arbeitet danke vater im namen jesu christi dass du ihn jetzt nach dem gebet in ewigem amen signest jetzt möchte ich einige informationen bringen es ist richtig dass ich ihnen sage wie die dinge stehen ich baue eine große klinik hier in darmstadt in deutschland in der nähe von frankfurt ich bin 30 minuten mit dem auto entfernt um klar zu stellen dass ich in der nähe des flughafens in diesem zentrum von darmstadt bin wird es eine große klinik für diese dinge geben die ich ihnen gezeigt habe menschheit jedes übel weil es mit dem psychologischen gehirn beginnt weil es ein psychologischer teil ist weil wir nicht alles was uns weh tut alles was uns weh tut im gebet jesus zu füßen legen wir bringen nicht alles zu den füßen von jesus und dann unser gehirn brehin hypitholamus wenn es sich füllt weil wir einen behälter und eine kiste des gehirns wie diese schwarze kiste haben die sie in die luft stellen als wenn sie brennen oder ablenken oder explodieren das ist der container den wir haben dieser container ist gefüllt mit was streitereien streitigkeiten wut nervosität jegliche art von dystonie zwischen freunden verwandten frau mutter alles was uns stört fernsehen und werbung la es wächst sogar mehr als alle dystonien die uns andere bringen und werbung ist unser container der sich füllt denn wenn es fernsehwerbung gibt schalten sie den fernseher aus und wieder ein wenn der werbespot endet denn dieser werbespot bringt ihnen diese dystonie 50% mehr als andere dinge und da sie nicht zu füßen jesu mit gebet herunter laden diese dinge füllt dieser behälter deines geistes und du entlädst dich nicht er sagt ja du lädst es jetzt nicht herunter ich bin voll ich habe einen befehl zur verfügung gestellt wenn ich fülle lade ich automatisch herunter und wenn diese box unseres gehirns ist bregen hypitola muss automatische download ich bin cool ihr tut mir leid ich sage so schmutzig ihr weil er herunter lädt und wo er eine krankheit somatisiert kann es ein herztumor in den seiten der beine zum gehirn sein wo er sich auf diesen gutartigen bösartigen tumor entlädt kann auch ein ischias sein es kann schmerz in der halswirbelsäule oder im arm sein an an der schulter im rücken so passieren körper krankheiten du wusstest es jetzt nicht ich habe sie euch ärzten beigebracht ja euch er habe ich spezialisten ich habe euch beigebracht wie körperkrankheiten von menschmann und menschfrau kommen kleine und große babies und alten dies sind die krankheiten die durch die psychische entladung entstehen die wir nicht mit gebet aufmerksamkeit zu füßen jesu abladen sowohl morgens als sie aufstehen zu jesu füßen knien und sagen oh mein gott jesus danke für diese nacht rest dass sie ihnen für das danken was sie heute tun werden danke mein herr segne den ganzen tag dass ich den ganzen tag über anwesend sein werde und wenn es nachts eine dystonie gibt habe ich das manchmal wenn ich träume weil ich in einem halbtraum bin wachsamkeit ich hätte unbewusst etwas mit dem gedanken getan einige träume genug zu denken oder negativ zu sein vergib mir her du siehst dass auch für träume um vergebung gebeten wird träume sind genug unbewusste träume die träume auf die die sünde hinweist denn du kannst auch einen traum träumen sünde und wir geben uns hin es unbewusst und dann werden wir auch dafür beten während wir morgens knien und um vergebung bitten in der vergangenen nacht beginnen wir den tag an dem wir ins bett zurückkehren wir beugen wieder unsere knie danken dem herrn für den tag der uns tag und nacht eine vollkommene ruhe gegeben hat tag an dem wir beten www gesula lucetel mund der doktor wird auf der website alles finden und das nächste mal wenn sie sagen für diese pillen oder fähig versteht er es sofort da ich ihnen gesagt habe dass ich bald eine große klinik in darmstadt bauen werde brauchen wir ihre zusammen arbeit mit dem danero wie ich sage es auf spanisch das angebot auf italienisch auf deutsch geld angebote von freiwilliges angebot wenn sie geheilt sind senden sie ein angebot oder wenn sie gesund sind senden sie ein angebot nicht nicht vorher weil sie es so sehr tun um gutes für die menschheit zu tun also rate ich ihnen zuerst gesund zu werden und dann ein angebot zu machen wie diejenigen die in diese klinik kommen die wir bauen werden zuerst werden sie heilen dann werden sie ein angebot machen alles kostenlos sogar das essen und kostenlos für die zeit die sie in dieser klinik verbringen werden alles essen aufhören ein tag zwei drei vier fünf sechs monate wann er oder sie bleiben will wenn sie heilen werden sie weg gehen es ist platz für alle alles was sie brauchen in jedem zimmer gibt es fernseher ich habe schon alles im astral programmiert ich habe bereits gebaut fernsehen zimmer für zimmer der leute die kommen sehe ich sie weil ich und mit der hilfe gottes alles gebaut habe was im astral bereits gebaut wurde im astral alles was diese klinik schon im astral gebaut hat auch du warst gelehrt mit deinem verstand alles zu bauen was du in der realität bauen kannst und du wirst das sehen oder früher oder später wirst du die realität haben die zukünftige klinik des allmächtigen gottes gebaut mit dem heiligen geist gottes und jesus und mit dem gewand und der kraft die gott ihm seinem bruder angelo gegeben hat amen nachdem wir diesen bau dieser klinik abgeschlossen und bereits im astral gebaut haben werden wir bauen der tempel gottes in jerusalem und bereits fertig getestet im astral mit dem geist gottes und von jesus bereits gebaut jetzt wissen was eigentlich noch eine information wer geld für angebot dieser klinik dieses tempels gottes in jerusalem schickt im angebot erwähnt sagen sie dieses angebot für die mission damit sie keine steuern zahlen und wir auch nicht alle das geld wissen das kostenlos angeboten wird und wen sie aus deutschland schicken weil ich in deutschland bin und in deutschland wer in italien ist müssen sie die nummer eingeben das steht auf der visiten karte in meinem gelände und in meinem profile und in den sozial arbeits videos lege ich jetzt immer jedes ende mein bank konto mit der big die sendet um big umzuschreiben weil es die berechtigung gibt die bank grenze zu überschreiten und der bc bank nummer ein angebot zu senden ich grüße sie jetzt frieden des herrn gott segne uns vier küsse eins zwei drei und vier das mein doppelter geist ich dir sende nimm es amen denn wo zwei zusammen in der mitte sind ist der herr und mein geist dein geist sind zwei und jesus ist immenses ch zwischen dir und mich frieden des herrn zu gott ich möchte sie bald sehen ich werde so schnell wie möglich einen film machen der den frieden des herrn armen klose biete jetzt an ich grüße dich im frieden des herrn gott segne uns vier küsse eins zwei drei und vier das mein doppelter geist ich dir sende nimm es amen denn wo zwei zusammen sind in der mitte ist der herr und mein geist sein geist sind zwei und jesus und immense zwischen dir und mir frieden des herrn zu gott ich möchte dich bald sehen ich werde so schnell wie möglich einen film des geistes machen frieden des herrn amen kloose biete jetzt an ich grüße dich im frieden des herrn gott segne uns vier küsse eins zwei drei und vier das mein doppelter geist ich dir sende nimm es amen denn wo zwei zusammen sind in der mitte ist der herr und mein geist sein geist sind zwei und jesus und immense zwischen dir und mir frieden des herrn zu gott ich möchte dich bald sehen ich werde so schnell wie möglich einen film des geistes machen frieden des herrn amen klöse Vielen Dank.